Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten Klemmersteinbaus. Wir haben uns zusammen auch schon den Kada Alfa Romeo Sauber F1 angeschaut und da gab es doch zwei große Kritikpunkte, die am Ende mir leider den Bau etwas vermiest haben. Hier bei diesem Fahrzeug, beim Kicksauber F1 Team C44 aus der 2024er Saison, sollen diese Punkte aber behoben worden sein. Umso mehr freue ich mich, dass ich das Ganze hier mit euch zusammen anschauen kann und herausfinden kann, ob das wirklich behoben wurde. Man bekommt dieses Fahrzeug für um die 25 Euro und ich musste den auf jeden Fall haben. Vorweg, ich kann mit Steak-Kick als Hauptsponsor überhaupt nichts anfangen. Ich finde aber die Livery von diesem Fahrzeug super, super gelungen. Ich mag die Lackierung und dementsprechend ist das natürlich für mich auch ein Fahrzeug, was ich super gerne aus Klemmerstein bauen wollte. Umso schöner, dass es dort die Zusammenarbeit zwischen Sauber und Kada gibt. Das Ganze ist offiziell lizenziert. Das muss ich glaube ich nicht nochmal extra erwähnen, habe es aber trotzdem getan. Die Verpackung ist auf jeden Fall komplett in Schwarz gehalten, bis auf hier vorn. Dort haben wir nochmal so ein bisschen Reflexion drin. Erinnert mich so ein wenig an eine Fahrzeugpräsentation von den neuen Fahrzeugen. Dementsprechend gefällt mir das auch ziemlich gut. Ist aber jetzt auch kein Design-Wunder. Oben sehen wir das Fahrzeug nochmal abgebildet mit seinen Maßen. Ihr seht schon, die Packung hat auch etwas abbekommen. Es ist eben aus China gekommen. Das Fahrzeug wird am Ende 22 cm lang und 4,3 cm hoch. Wir haben noch eine 1 zu 1 Abbildung von den Slick-Reifen. Ich hoffe, dass das ja dieses Mal auch wirklich wieder Slicks sind und das auch gedruckt ist und wir keine Slicker auf die Reifen kleben müssen. Und auf der rechten Seite sehen wir nochmal ein Foto vom originalen Rennwagen. Die Sauber-Lizenz und die passenden Siegel dazu. Auf der linken Seite haben wir die ganzen Sicherheitshinweise. Und hinten sehen wir eine identisch designte Verpackung. Einfach nur das Fahrzeug noch einmal von hinten gezeigt. Aber sonst ist es genau gleich aufgebaut. Das Spannendste ist aber natürlich bei diesem Set nicht die Verpackung. Dementsprechend machen wir das Ganze auf und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Hier seht ihr schon mal die Steinetüten und auch die Bestätigung, wenn ihr genau hinschaut, dass sich hier eine Riesenverbesserung schon mal zum Sauber-Alpha zeigt. Denn wir sehen hier sehr, sehr viele Prints dabei. Beim Alpha-Sauber war eigentlich alles gestickert und sogar die Reifen und das hat mich sehr gestört. Wenn wir uns aber hier die Räder anschauen, sind die komplett bedruckt. Und wenn wir uns diese Tüte anschauen, sehen wir auch noch weitere Prints. Und wenn wir dann die Anleitung durchblättern, sehen wir, da ist kein Stickerbogen drin. Das bedeutet, alles was ihr hier seht, sind am Ende Prints und das ist eine richtige Kampfansage an alle anderen Hersteller, die sich irgendwann nochmal auf dieses Terrain begeben wollen. Denn ich mochte den Rasta Red Bull sehr, aber auch da ist das meiste gestickert. Und wenn hier jetzt Kader ein Fahrzeug mit nur Prints raushaut und die Qualität am Ende auch noch bei den anderen Sachen stimmt, dann ist das eine Riesenkampfansage und umso mehr freue ich mich auf dieses Set. Über die Steinequalität reden wir aber natürlich wie immer während des Baus, wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können. Die Anleitung ist genauso designt wie die Verpackung. Sie ist klammergebunden, wir haben eine ordentliche Papier- und eine ordentliche Druckqualität. Es wird nichts ausgegraut, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt und neue Steine werden mit roten Pfeilen gezeigt, wo das Ganze hingesetzt werden soll. Hier seht ihr auch die verschiedenen Varianten. Wir haben einmal Sue mit der Startnummer 24 und Valtteri Bottas mit der Startnummer 77. Die Rückseite ist dann designneutral. Aber ihr seht schon, zwei von den Kollegen hier hinten haben wir auch zusammen schon auf diesem Kanal angeschaut. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, jetzt endlich drauf loszubauen und dementsprechend geht es jetzt auch los und wir sehen uns nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Bauschritt 43 ist vorübergezogen und ich habe mich, ihr seht es, für die Nummer 77, also die Valtteri Bottas Variante entschieden und eben nicht die Nummer 24 genommen, die die Sue Variante gewesen wäre. Und damit seht ihr schon, ein großer Kritikpunkt vom Alpha Sauber ist hier schon wieder weg, denn man kann hier wählen zwischen den beiden Fahrern. Und was ja an diesem Punkt noch besser ist, es sind alles Prints. Ich meine, beim Alpha Sauber waren es Sticker. Da wäre es ja noch viel, viel leichter gewesen, dass man wechseln kann zwischen den Varianten. Und hier ist einfach beides geprintet im Set. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Die Printqualität ist auch ordentlich. Man muss einfach so realistisch sein und sagen, dass dieses Grün auf das Schwarz drucken nicht zu 100% farbtreu funktioniert. Wir haben auf jeden Fall einen Unterschied, aber ich finde, es hält sich in Grenzen. Es fällt natürlich sofort bei Studiolicht auf, aber unter normaler Beleuchtung muss man schon genauer hinschauen, um das zu sehen. Und wir haben auch wirklich kleine Details geprintet, die man gut und gerne hätte weglassen können und es hätte sich niemand beschwert. Aber Kada hat das Ganze trotzdem als Print reingepackt. Auch hier nochmal der Valtteri Schriftzug ist einmal eben für die Valtteri Bottas Variante und einmal für Sue auch noch mit drin. Und das Ganze geht bei der Nase weiter. Da haben wir das auch wieder mit der 77 und der 24. Also hier ist richtig Mühe reingeflossen. Und die Printqualität, ich habe schon bessere Prints gesehen, das muss ich zugeben. Aber das ist auf einem ordentlichen Niveau. Dasselbe gilt für den Bau, der bis hierhin sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, das bleibt so. Und wir sehen uns dann nach den nächsten wichtigen Bauschritten wieder. Bauschritt Nummer 63. Und bevor ich jetzt die Nase an das Monokok heransetze, möchte ich sie euch nochmal einzeln zeigen. Denn allein hier vorne haben wir wieder einige Prints. Die Prints von dem Frontflügel sind auf einem Hilfsträger angebaut worden, also sicherlich auch auf diesem bedruckt. Und damit passen dort auch die Übergänge. Auch hier haben wir auf der Seite noch einmal ein Print. Das ist ein Print. Und es gibt hier kaum ein Teil, was nicht bedruckt ist. Gerade hier vorne fällt natürlich wieder das Grün auf Schwarz drucken auf. Was einfach super, super schwierig ist. Es ist aber nicht so extrem, dass es mich sofort stören würde. Auch die Form von der Nase ist, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Einzig und allein dieser Übergang ist mir etwas zu hart. Und ein Druck-Highlight findet sich hier noch. Und zwar dieser Aceron-Druck ist ja auf einer 1x2er Plate. Und das seitlich, was ja schon schwer genug ist, aber dann auch noch wirklich auf beiden Seiten. Und auch das Lenkrad kann mich auf jeden Fall überzeugen. Jetzt, wo wir das Ganze herangesetzt haben, sehe ich auch, dass mir das Ganze auf jeden Fall proportionsmäßig vorerst wieder gefällt. Ich kann es kaum erwarten, das Ganze jetzt zu Ende zu bauen. Also sehen wir uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit steht die Kada C55032W, der Kick Sauber F1 C44 aus der 2024er Saison, auch schon vollkommen gebaut vor uns. Drei Sätze zu diesem Fahrzeug. Nummer 1, es ist ein mega geiles Teil. Nummer 2, es gibt keine Ausreden mehr, egal für welchen Hersteller, der Speed Champions oder Speed Champions ähnliche Fahrzeuge mit einer Stickerflut auf den Markt bringt. Und Nummer 3, Kada ist lernfähig, genauso wie es die Dänen auch mal waren. Aber da gehen wir gleich noch einmal mehr darauf ein. Dieses Teil ist, wie gesagt, der Hammer. Wenn wir uns das aussehensmäßig anschauen, die Proportionen gefallen mir sehr, sehr gut. Ihr habt ja schon einige Drucke gesehen. Es sind aber auch noch einige dazugekommen. Wir haben die bedruckten Reifen mit den bedruckten Radkappen. Wir haben wirklich tolle Drucker, auch beim Heckspoiler, der mir formmäßig sehr gut gefällt. Und dieser Hashtag Andy Struck gefällt mir auch sehr, sehr gut. Geht auch über drei Steine. Also hier sind wirklich so, so viele Steine bedruckt. Das ist der Hammer. Es ist auch noch ein Halo-Formteil dazugekommen. Wirklich ein sehr, sehr gutes Formteil, um den Halo darzustellen. Und wir haben bei diesem Fahrzeug auch Spiegel-Formteile. Der Kada Alpha Sauber hatte ja keine Spiegel. Und das hatte mich durchaus gestört. Auch haben wir noch eine Plakette dazugekommen. Das ist diese typische Kada-Plakette. Man kennt das Ganze. Ich habe sie natürlich in der Valtteri-Edition. Das Ganze gibt es aber, wie alles andere an diesem Fahrzeug, auch noch in der Sue-Edition. Und dann kommen wir erst mal zu dem zweiten Satz vom Anfang. Es gibt keine Ausreden mehr. Ihr seht, wie viele Drucke hier sind. Offensichtlich. Und auch weniger offensichtlich. Teilweise über mehrere Steine in eine super Qualität. Das Ganze kam ja auch auf so einem Träger zusammengebaut. Und wurde auf diesen Trägern bedruckt. Das ist eine riesige Anzahl an Drucken. Und dieses Set kostet bei Kada direkt beim Hersteller 25 Euro. Da sind keine Rabatte drauf. Und man muss nicht mal auf irgendeinen dubiosen Shop gehen. Sondern 25 Euro sind die UVP dieses Sets. Wir alle wissen, dass die dänischen Speed Champions erst wieder erhöht wurden. Und nun sogar mehr als diese 25 Euro kosten. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte denn dafür sorgen, dass das dänische Set trotz Stickern teurer ist, als dieses Set, das voll bedruckt ist. Als erstes würde mir da einfallen, das dänische Set hat doch eine Lizenz. Hat dieses auch. Das ist offiziell lizenziert von Kick Sauber. Also gar kein Problem. Und auch kein Argument. Dann könnte die Steinequalität ja noch viel, viel besser sein von den Dänen. Das würde ich hier aber auch auf jeden Fall nicht sehen. Wir haben hier Steine, die sehr gut aussehen. Wenig zerkratzt sind. Sich sehr angenehm verbauen lassen. Eine tolle Klemmkraft haben. Also die sind meiner Meinung nach mindestens auf dem Niveau von den dänischen Steinen. Dann könnte man ja sagen, diesem Set fehlt vielleicht die Liebe ins Detail. Das ist auf jeden Fall nicht so. Das sieht man allein an den kleinen und unscheinbaren Drucken. Das sieht man daran, dass wir das Ganze in zwei Versionen hier sogar bekommen. Und die Konstruktion ist auch wirklich super, super gelungen. Deshalb, wie gesagt, hier gibt es keine Ausreden mehr in diesem Preisbereich, warum eine Stickerflut dabei ist. Der dritte Satz war ja, Kader ist lernfähig. Und das sehen wir, wenn wir den Alpha Sauber mit diesem hier vergleichen. Große Kritikpunkte am Alpha Sauber waren, wir hatten Profilreifen, hier haben wir Slicks. Und dann auch hinten breite Slicks und vorn dünne Slicks. So, wie sich das gehört. Wir hatten dort Aufkleber auf den Reifen. Hier haben wir wirklich schöne Drucke. Die Stickermenge an sich war auch ein Kritikpunkt. Wie gesagt, hier ist alles gedruckt. Der nächste Kritikpunkt war für mich zum Beispiel, dass wir keine Spiegel hatten. Die wurden einfach weggelassen. Hier haben wir dieses Mal Spiegelteile. Das sind erstmal ein paar Kritikpunkte, die sich hier verbessert haben. Die Liste könnte man noch weiterführen. Heute geht es aber um den Kick Sauber und nicht um den Alpha Sauber. Wenn ihr dazu aber mehr wissen wollt, schaut euch gerne das Video dazu an. Ich verlinke euch das nochmal. Oben sollte da eine Infocard sein. Und nun ist es so, dass Kader hier qualitativ einen massiven Sprung nach vorne gemacht hat. Und es gab eine Zeit, auch wenn das jetzt unglaublich klingen mag, da war das auch beim dänischen Hersteller so. Das war bevor dieser Kanal hier überhaupt existiert hat. Und wir haben jetzt auch wieder Anbandlungen, dass das beim dänischen Hersteller auch so ist. Ich finde ja zum Beispiel die neue City Space Reihe sehr, sehr viel besser gelungen als alles, was davor im CD Bereich zu sehen war. Trotzdem gibt es auch da noch Luft nach oben. Hier haben wir aber den Sprung von einem sehr, sehr kritikwürdigen Set zu einem richtig guten Set gemacht. Und das ohne, dass der Preis explodiert ist. Wie gesagt, 25 Euro UVP bei dieser Qualität. Und ja, wir haben bei dänischen Sets und wir hatten auch bei dem alten Kader Set eine Figur drin. Und ich weiß, dass dänische Figuren ja gerne mit Gold aufgewogen werden. Aber meiner Meinung nach machen das alleine schon diese Drucke hier wieder wett, die als Ersatzteile drin sind, damit wir zwischen Schuh und Bottas wechseln können. Und dann würden wir bei dem Rest, der hier steht, nur noch wirklich Fahrzeug mit Fahrzeug vergleichen. Und ich habe auch den Schritt in die richtige Richtung beim dänischen McLaren gesehen. Und ich habe das gelobt und ich hoffe, das geht auch weiter in diese Richtung und wird noch immer besser. Aber trotzdem muss ich festhalten, der dänische McLaren kann diesem Kick sauber von Kader nicht im Ansatz das Wasser reichen. Ich würde mir wünschen, dass wir dort hinkommen, denn ich liebe auch die dänischen Sets. Und das ist ja irgendwie auch der Hersteller, dem wir dieses ganze, was hier jetzt existiert, zu verdanken haben. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die dänischen Sets auch auf diesem Niveau ankommen werden und dort mindestens mitziehen. Und da sind wir aber wieder beim ersten Satz, den ich gesagt habe. Dieses Set ist der absolute Hammer. Und es gibt hier eigentlich fast keinen Kritikpunkt. Fast keinen Kritikpunkt heißt, wir haben zwei marginale Kritikpunkte, mit denen man aber sehr, sehr gut leben kann, meiner Meinung nach. Punkt Nummer eins ist die Druckqualität. Da ist noch etwas Luft nach oben. Grün auf Schwarz drucken ist sehr, sehr schwierig. Ich finde, sie haben es gut hinbekommen. Es fällt nicht extrem auf. Und wir haben auch beim dänischen Set gesehen, dass das mit dem Orange überhaupt nicht funktioniert hat. Aber wenn man so möchte, ist das ein Punkt, wo noch Luft nach oben wäre. Und der zweite Kritikpunkt, und der wirkt fast schon lächerlich, wenn ich den jetzt vortrage. Wir haben hier vorne die angedeutete Radaufhängung und haben hier zwei dieser Teile verbaut. Diese sitzen etwas locker. Heißt, ich kann den schütteln und sie fallen trotzdem nicht ab. Aber wir haben natürlich bei diesen Teilen einen gewissen Hebel. Und wenn wir da mal rankommen und die weggehebelt werden sollten, dann sind die sehr, sehr schwierig wieder ranzubauen. Wie gesagt, das ist fast schon lächerlich, das überhaupt Kritikpunkt zu nennen. Als Plus haben wir dann neben diesen bedruckten Teilen auch noch normale Ersatzteile. Wir haben natürlich obendrauf auch noch diese gelben Träger-Teile. Die kann man ja auch noch für andere Projekte verwenden. Kostenlos obendrauf. Und wir haben kostenlos obendrauf auch noch diese Träger mit Werkzeugen. Weil wir von diesen nur ein Werkzeug jeweils pro Träger gebraucht haben. Also auch mit diesen Werkzeugen kann man durchaus noch andere Figuren ausstatten. Und nun, ich hoffe ich treffe die Aussage nicht zum letzten Mal und es kommt noch besseres, egal von welchem Hersteller, kann ich hier festhalten. Rein handwerklich ist dieses Set das beste Formel 1 Set im Speed Champions Maßstab, das ich bisher bauen durfte. Wie gesagt, ich hoffe da kommt noch was. Umso besser für uns als Kunden, wenn wir da noch mehr Spaß bekommen. Von mir gibt es also auf jeden Fall dafür eine Kaufempfehlung. Hier könnt ihr überhaupt keinen Fehler machen, wenn ihr auf Formel 1 steht. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen in Zukunft, nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Veli-Prick. Euer Veli-Prick.